In diesem Video zeige ich dir eine Berechnung zum gleichschenklichen Trapez und zwar die wichtigsten Berechnungen, die man hier machen kann, der Flächeninhalt und der Umfang. Wir haben folgende Aufgabenstellung, wir haben gegeben ein gleichschenkliches Trapez mit den Angaben, die Seite A beträgt 14,2 Meter, die Seite B 5,7 Meter, die Seite C ist 8,2 Meter und die Höhe ist 4,8 Meter und gesucht ist einerseits der Flächeninhalt und andererseits der Umfang. Wie immer beginnen wir derartige Aufgaben, indem wir uns eine Skizze anschauen von einem gleichschenklichen Trapez und die Besonderheit oder beziehungsweise der Unterschied zum normalen Trapez ist eben, dass die beiden Schenkel gleich lang sind, das heißt die Seite D in anderen Worten ist gleich lang wie die Seite B. Was gleich ist gegenüber dem herkömmlichen Trapez, dass sich die Seiten A und C parallel gegenüberstehen und die Höhe steht in einem rechten Winkel auf die Seite A und verbindet die zwei parallelen Seiten A und C. Von den Angaben her die Seite A und die Seite C, das sind in diesem Fall die parallelen Seiten und der Schenkel ist die Seite B. Das führt uns schon zur Berechnung und zwar des Flächeninhalts. Der Flächeninhalt eines gleichschenklichen Trapez wird gleich berechnet wie ein herkömmliches Trapez, das heißt die zwei parallelen Seiten werden addiert und das muss man in einer Klammer machen, weil diese eben nachher noch mit der Höhe multipliziert werden und das Ganze dann noch geteilt durch zwei. Im nächsten Schritt ersetzen wir dann die Variablen durch die Zahlen. Die Seite A wird ersetzt laut Angabe mit 14,2 Meter, die Seite C wird ersetzt mit 8,2 Meter und die Höhe mit 4,8 Meter. Das Ganze dann wieder geteilt durch zwei. Wichtig auch hier, wenn wir von den Variablen zu den Zahlen kommen, dass wir die Seite A und C in eine Klammer anschreiben. Das ist dann auch die erste Berechnung, die wir durchführen. Wir addieren die Klammer 14,2 plus 8,2. Das ergibt zusammengezählt 22,4. Den Rest schreiben wir einfach wieder hin. Mal 4,8 geteilt durch zwei. Wenn ich jetzt mit einem Taschenrechner das Ganze ausrechnen würde, könnte ich jetzt schon zum Ergebnis kommen, wenn ich das eintippe. Aber für die Leute, die vielleicht die Aufgaben ohne Taschenrechner zu berechnen haben, hier besteht die Möglichkeit, dass wir kürzen und zwar durch zwei. Und zwar gibt es hier zwei Möglichkeiten sogar. Wir können entweder 22,4 und 2 kürzen oder 4,8 und 2. Ich entscheide mich hier für die zweite Möglichkeit. Kürzen heißt ja einfach, die Zahl durch jeweils die gleiche Zahl zu dividieren oder zu vereinfachen. Das heißt, wir dividieren jetzt beide Zahlen, die wir kürzen durch zwei. 4,8 dividieren wir durch zwei und zwei dividieren wir durch zwei. Das führt uns zu folgendem Zwischenergebnis. Das ist 22,4, das hatten wir vorher schon. 4,8 geteilt durch zwei, das ergibt 2,4. Und wenn ich zwei durch zwei dividiere, dann erhalte ich eins und das kann ich weglassen. Das heißt, durch das Kürzen habe ich mir jetzt die Division erspart. Jetzt kann ich die Fläche berechnen, entweder mit dem Taschenrechner oder hier eben mit einer Nebenrechnung. Ich erhalte als erstes Ergebnis für den Flächeninhalt 53,76 Quadratmeter. Dann kommen wir zur zweiten Berechnung und die ist ein bisschen anders wie beim herkömmlichen Trapez. Weil gleichschenklich heißt ja dann, dass ich zwei Seiten habe, die gleich lang sind. B ist gleich D, wie ich oben schon erwähnt habe. Deshalb lautet hier die Umfangformel U ist A plus 2 mal B plus C. Auch hier ersetze ich in einem nächsten Schritt die Variablen durch die Zahlen. A ist 14,2 Meter, B ersetze ich durch 5,7 Meter und C ersetze ich mit 8,2 Meter. Auch hier kann ich zuerst eine kleine Zwischenrechnung durchführen, indem ich 5,7 mal 2 multipliziere. Das ergibt dann 11,4. Die restlichen Zahlen schreibe ich einfach wieder herunter. Jetzt kann ich das Ganze ausrechnen und erhalte für den Umfang für das gleichschenkliche Trapez 33,8 Meter.